Die Risiken in meinem Unternehmen oder in meinem Projekt möchte ich mit der Risikomatrix darstellen, möchte aber auch pro Risiko im Zeitverlauf sehen, wie sich das Risiko gewandelt hat, ob da was passiert ist und in welcher Richtung das Risiko sich verändert hat. Endstand vom letzten Video war ja, dass es eine Risikomatrix gibt, die hier als Risiko in diesem 5x5-Raster zum Beispiel verortet ist. Risiken, die im gleichen Feld liegen, liegen hier auch nebeneinander, untereinander, schön, wunderbar. Ich kann danach filtern, nach Kategorien. Sollte es aber im Zeitverlauf, Zeit ist ja was, vergeht und dann gibt es das nächste Meeting, ja und dann wird gesagt, hör mal, was ist denn da passiert? Ja und da kopiere ich jetzt einfach mal diese Risiken, packe die da drunter und dann sage ich, Moment mal, bis hier, das war alles der 22.02.2019, 2019, das ist heute, STRG-Enter, so, Moment, kurz als Datum formatiert, mache ich gleich als Datum. So und hier, das war, sagen wir mal, der 30.03.19, STRG-Enter. So, das Datumsformat soll auch oben gelten. Jetzt habe ich jedes Risiko hier doppelt drin im Prinzip. Ist bei meinem Jure Fix, ja, wird das besprochen, das haben wir heute besprochen und beim nächsten Jure Fix soll da was passiert sein. Das heißt, momentan liegt jedes Risiko hier doppelt in einem Feld. Ja, könnte jetzt auch nach Datum und nach Risiko mir das anschauen. Moment, ich hole mal diese beiden Filtermöglichkeiten mit hinein. Datenschnitt, das Risiko selbst und jetzt Datum vom Jure Fix, wo ich das bespreche, hier, möchte ich auch noch in meiner Liste haben, STRG-V, da ist das Datum und das Risiko namentlich, STRG-X, möchte ich da noch stehen haben. So, jetzt habe ich nämlich Folgendes. Jetzt kann ich sagen, zeig mir die Risiken an vom 22.02., zeig mir die an vom 30.03. Schaue ich mir aber ein Risiko an, dann sehe ich, ja, das liegt ja momentan noch gleich, ist ja nichts passiert. So, und deshalb beim nächsten Meeting werde ich das Risiko hier, ja, neu verorten. Das heißt, ab hier geht ja der März dann los, das März-Jure Fix, das heißt, das wird bewertet. Ja, ist leicht gestiegen in der Wahrscheinlichkeit, aber der Impact ist kleiner. Da ist das Risiko gesunken, der Impact ist größer. Da ist das Risiko gestiegen, die Wahrscheinlichkeit gestiegen, da ist alles gleich geblieben. Die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden mit höherem Impact und das ist kleiner geworden, sagen wir mal, auf 0,0 sogar. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann sehe ich ja jedes Risiko, das hier entspricht diesem, dies entspricht jenem. Und wenn ich mir jetzt hier ein Risiko anschaue, dann sehe ich, wie sich das hier, ja, an zwei unterschiedlichen Stellen befindet. Allerdings sehe ich nicht, welches ist das neueste. Und jetzt kann ich natürlich folgendes machen. Jetzt könnte ich hier einfach ein Liniendiagramm einzeichnen. Moment. Das heißt, wenn ich mir eh nur ein Risiko anschaue, klicke ich mit rechts rein. Dann mache ich ein Liniendiagramm statt normaler Punkte. Ja, ist schon eingestellt jetzt. Ich gehe auf Liniendiagramm, klicke auf OK. Und dann sehe ich hier halt momentan, weil ich alle Risiken anschaue, alle Risiken miteinander verbunden, klicke ich aber auf 1 drauf, sehe ich nur, OK, die beiden sind miteinander verbunden. Das macht dann Spaß, wenn das dritte noch dazu kommt. Das Problem ist, ich sehe immer noch nicht, welches ist das neueste. Und das neueste, ja, das regle ich über die Beschriftung. Die Funktion wenn es ermöglicht mir das. Moment. Die Funktion wenn es. Ich habe das hier mal in einer anderen Datei. Schlag das mal auf. Die Funktion wenn es, die gibt es aber erst in neuesten Excel-Versionen. Hier max wenn es. Max wenn es. Und ja, die kann ich hier nicht nehmen. Ihr könnt euch das gerne, wenn ihr eine neue Version habt, hier mal abschreiben. Ich mache das mit Aggregat 14 jetzt. Mit Aggregat 14 kriege ich raus, welcher der größte Wert ist. Und dort, allein dort soll dann nur Text stehen. Das heißt, ich gehe in die Daten. Und da wo die Labels hier einfach stumpf zusammengesetzt werden, aus ID und Risiko. Dort baue ich eine Formel ein. Okay. Wenn folgendes gilt. Wenn das eigene Datum das größte ist. Wenn das eigene Datum das größte ist. Aber wie kriege ich das raus? Moment, ich grenze erst mal ab mit dem Semikolon. Dann soll das gemacht werden. Ansonsten soll das leer bleiben. Klammer zu. Wenn das eigene Datum das größte ist. So. Ich gehe mal mit Alt Enter da rein, damit das eine neue Zeile wird. So. Wenn das eigene Datum das größte ist. Mit Aggregat. Aggregat. Klammer auf 14. Frage ich. Aggregat 14. Frage ich. Nach dem größten Wert. Unter der Bedingung. Nur eingeblendete Daten anzeigen lassen. Und Fehler ignorieren. Und jetzt kommt die Bedingung. Zeigt mir das größte Datum. Aber folgendes muss gelten. Wenn ich multipliziere mit Klammer auf. Das vorne. Sagen wir mal die ID. Weil die wird sich auch nicht ändern. Wenn vorne die ID identisch ist. Mit der ID dieser Zeile. Also nur Bedingung. Nur bei eigenem Risiko gucken. Ist das da hinten das eigene. Ist das das größte Datum. Wenn das so ist. Jetzt muss die Klammer zugemacht werden. Zeigt mir das größte. Wenn das so ist. Dann. Füge die Daten zusammen. Ansonsten nicht. Und da sehe ich nur beim neuesten Datum. Automatisch hier das Label. Hole ich mal alles rein. Immer nur beim neuesten. Werden die Labels gesetzt. Im Ergebnis sieht das dann so aus. Meine Risikomatrix zeigt. Immer nur beim neuesten Punkt. Immer nur beim neuesten Punkt hier. Entsprechend. Dem Punkt an. So. Jetzt kann ich den natürlich noch schöner machen. Indem ich einfach diesen Wert hier. Diesem Wert hier. noch einen eigenen Punkt zu weisen. Dem neuesten Punkt. Und dafür frage ich einfach in einer Zusatzspalte. Ich baue das natürlich nachher entsprechend schön um. Frage ich in einer Zusatzspalte. Du hör mal. Steht hier was? Und wenn hier was steht. Wenn da das ungleich leer ist. Dann soll er bitte schön den y-Wert, die Probability korrigiert. Den soll er wiederholen. Ansonsten soll er dort ein nv machen. Das heißt, nur bei den größten Werten gibt es dort den Wert. Und das gleiche bei y auch. Und das gleiche bei y. Das heißt, wenn hier was steht. Wenn das ungleich leer ist. Dann nimm den Impact. Ansonsten bleibe bei nv. So. Das heißt, nur dort gibt es den Wert. Und diese Daten hole ich noch zusätzlich rein. Als Marker. Die mache ich nämlich dann hübscher. Dann habe ich dort immer gesetzt. Moment. Rechte Maustaste. Dann setze ich mir da irgendein Symbol rein. So. Gucken wir mal. Daten auswählen. hinzufügen. Folgende x-Werte. Ja, die hier alle. So. Das sind die x-Werte. Äh. Ne. Das sind die y. Das hier sind die x-Werte. Impact. Die y-Werte. Das sind hier diese. Muss ich eigentlich anders beschriften noch. So. Und die formatiere ich dann natürlich noch um. Dass ich mir diesen Punkt greife. Moment. Ich klicke mal mit rechter Maustaste. drauf. Mal gucken, ob ich es erwische. Dass ich das formatiere. Dort das Einmalchen. Dort Markierung. Dort vielleicht einen Kreis nehme. Markierungsoption. Einen Kreis. Einen integrierten Kreis. Bisschen größer. mit weißer Füllung. Füllung. Ne. Das war der Rahmen. mit schwarzer. Mit schwarzem Rahmen. und weißer Füllung. Und weißer Füllung. Ich nehme einfach die Daten. Ich nehme einfach die Daten des März. Steuerung C. Pack die da drunter. Mach hier raus den März. Sagen wir das war. den April. automatisch in meiner Statistik. In meiner Übersicht. Habe ich jetzt hier für einen Datenpunkt. Ja. Die Visualisierung. Wie hat sich das Risiko. Wie hat sich das Risiko verändert. Dass es erst von hier nach hier. Dann nach hier gegangen ist. Dass das Risiko erst von hier nach hier. Dann nach unten gewandert ist. Das kann ich jetzt hier wunderbar beobachten. Also die Risikomatrix ist wirklich im Projektmanagement. Gang und Gebe. Hier die Risiken peu a peu untereinander packen. Wichtig an dieser Stelle sollte sein. Dass die Risiken im Zeitverlauf untereinander wegsortiert sind. Weil das ja die Reihenfolge ist. In der nachher die Punkte gezeichnet werden. Also von oben klein nach unten groß. Unten ist dann automatisch das neueste. Your Fix. Das neueste Datum. Wo die Risiken betrachtet werden. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt auch mal den mittleren rausnehme. Mit Steuerung drauf geklickt. Sehe ich das Risiko hat sich im Zeitverlauf von ursprünglich hier nach hier gewandelt. Es werden ja nur die Daten angeschaut. Die ich mir ja hier betrachte. Und das neueste hat entsprechend dann unten immer seine Koordinate. Ja. Hoffe. Das hat euch gefallen. Ihr könnt davon in euren Projekten profitieren. Es gibt dazu auch einen Blog-Eintrag. Link unterhalb des Videos. Ich freue mich wie immer auf Feedback. Und bis zum nächsten Mal.